Das kann ich. Ich kann Leuten auf den Wecker gehen. Was jetzt? War nach Hause. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Horrorspiel. Angeblich wieder ein kurzes Spiel. Ich bin gespannt, ob diese Angabe diesmal stimmt. Optionen gibt es nicht viel. Das Spiel heißt Missing Hiker. Es gibt es auf Steam. Ich habe es in meiner Liste gehabt. Ich denke, es ist kostenlos. Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht hat mir auch die Peri wieder die Peri schickt, weil manchmal komische Spiele. Ich garantiere für nichts. Ja, ein kurzes Spiel. 11. Dezember 1994. Mein Bruder Ethan wird seit ca. 24 Stunden vermisst. Ja, es ist doch ein Hiking. Es ist so ein Wandertrip. Er wollte halt wandern gehen in der Nähe vom Red Mountain. Er sollte gestern schon wieder zu Hause sein. Da bin ich mal zur Polizei gegangen. Aber die hatten keine Ressourcen, um jetzt nach ihm zu suchen. Also gehen wir selber los. Oh, ich bin direkt. Okay. So kann ich mich drehen. Wir haben sehr dunkle Seitenfenster. Ja, ich kann das Licht ausmachen. Die müssen sich kraxeln ein bisschen. Will ich mir schon Sachen ein? Ja, ich hoffe, es kommt mir keiner entgegen. Ich weiß ja nicht, ob hier links oder rechts verkehrt ist. Und ich habe mir nicht gemerkt, auf welcher Spur wir angefangen haben. Oh. Was steht da? Wildwechsel. 5 Kilometer. Und? Was ist das? Die Fahrbahnverengung. Springt mir jetzt ein Reh hier vor. Ich bin mir nicht sicher, wie laut ich die Kopfhörer habe. Weil das Spiel am Anfang nicht wirklich Ton hatte. Zick-Zack-Kurve und Schleuergefahr. Achtung, glatt, okay. Was habe ich gerade erzählt? Ich bin beim zweiten Kaffee. Ich bin noch nicht so aufnahmefähig. Ich bin um 5.55 Uhr von der Couch gefallen. So aufgestanden. Und habe ein bisschen Kopfschmerzen. Da habe ich mir Brille eingeschlafen. So, so, ah. Okay. So viel zu der Frage. Kommen mir Autos dagegen? Ich könnte doch hier... Oh. Das wollte ich gerade sagen. Ich könnte ja hier mal parken und fragen, ob jemand meinen Bruder gesehen hat. Park. Park. Ah. E. Ja. Ja. Auf dieser Flashlight kann man perfekt arbeiten. Was sind wir denn hier eigentlich? Ich habe es schon wieder vergessen, falls das Spiel das gesagt hat. Was ist denn das? Lender und ich, ne? Lender nicht so. Hallo. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich suche meinen Bruder. Er wollte hier irgendwo wandern. Er sollte gestern schon zu Hause sein. Haben Sie ihn gesehen? Wie sieht denn Ihr Bruder aus? Er hatte braune Haare und ist schon ein bisschen groß. Und er hat einen grünen Rucksack. Ja, lass mich mal überlegen. Ja. Ich glaube, ich habe Ihren Bruder gesehen. Er kam hier rein und hat ein paar Sachen gekauft. Ein bisschen Wasser und ein paar Snacks. Und, äh, Sie waren im Finn, äh, haben Sie schon mit der Polizei gesprochen? Ja, habe ich. Aber Sie haben gesagt, Sie haben nicht genug Personal, um Ihnen jetzt direkt zu suchen. Sie haben gesagt, äh, das hat es solche, was weiß ich, was weiß ich. Die suchen ihn erst, wenn er mehr als 48 Stunden vermisst das. Das finde ich auch eine sehr komische Regelung, aber naja. Ähm, ja. Es ist nicht das erste Mal, dass hier jemand in der Gegend vermisst wird. Ähm, zuletzt eine, eine Handvoll Leute sind hier, äh, verschwunden in der letzten Dekade. Was war noch mal eine Dekade? Äh, die Leute reden. Ich habe Gerüchte gehört, dass hier komische Schreie und, äh, Geräusche aus den Wäldern kommen. Oh ja, da will man auf jeden Fall dran angehen. Also sollten Sie ein bisschen vorsichtig sein, äh, vor allen Dingen jetzt in, so in der Nacht. Da ist eine Straße hinter der Tankstelle hier, die zum Berg führt. Äh, stellen Sie sicher, dass Sie auch auf dieser Straße bleiben. Äh, da könnte auch, oh, die, die Tiere hier in der Gegend, die, äh, könnten wir auch was tun. Oh, danke. Ja, ich, äh, werde versuchen, sicher zu bleiben. Kann ich irgendwas noch tun? Kann ich hier einfach bei dir reinlaufen? Nein? Hm, hallo. Was willst du? Ich suche meinen Bruder. Der ist hier verloren gegangen. Ja, aber das ist nicht mein Problem. Und, äh, außerdem solltest du nicht einfach Leuten so aus dem Nichts auflauern. Vor allen Dingen nicht in dieser Gegend. Was, äh, meinst du damit? Ey, Mann. Ich, äh, hab ganz, äh, lang gearbeitet und will nur ein paar Snacks und, äh, hier holen und dann nach Hause fahren. Ich bin nicht in der Stimmung, um mit Leuten zu sprechen, die ich nicht kenne. Äh, ja, okay, verstehe ich, äh, tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Was habe ich bekommen? Annoying, you annoyed the business guy. Okay. Das kann eigentlich, ich kann Leuten auf den Wecker gehen. So, soll ich denn die... die Straße dahinter lang fahren oder laufen? Kann ich überhaupt wieder in mein Auto? Nope. Okay. Ich kann auch rennen. Ich kann auch ohne Taschenlampe laufen. Ja, dann, ähm... Ich bleibe auf dem Weg. Ich glaube, Hiking ist nicht nur wandern, ne? Das ist uns immer selten. Dumm, die dumm, die dumm. Wir machen eine Nachtwanderung. Oh, das habe ich nie verstanden, ne? Mit der Schule gab es ja auch so Nachtwanderungen. Ist das nicht saugefährlich? Ich glaube, wir hatten eine Nachtwanderung und ich war krank oder so. Auf jeden Fall habe ich nicht daran teilgenommen und ich bin sehr froh darüber. Wir gucken Glühwürmchen in unserem Kack. Ich wäre lieber, äh, sicher zu Hause. Was ist das da für ein Licht? Ist das ein Zelt? Bruder, bist du's? Das ist halt von meinem Bruder. Sieht aber ganz anders aus. Aber ich, äh, sollte trotzdem mich mal umgucken. Ich muss mir kurz melden. Da ist der Weg. Hallo? Alter. Okay. Mein Headset ist laut. Jetzt weiß es. Nein, es steht auf 8. Jetzt steht es auf 4. Ha, das hat bis in den Arm gezogen. Scheißdreck. Oh, wer zur Hölle bist du? Du hast mich mega erschrocken. Ja, das sagt der Richtige. Ich habe dich erschrocken. Ich habe, ja, ich habe wirklich fast ein Herzartange gekriegt hier. Was willst du? Ich hoffe, äh, du bist kein Perverser oder so. Nee, bin ich nicht. Ich suche meinen Bruder. Der ist ja auch irgendwo am Campen, Wandern. Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Warte. Du weißt noch nicht mal, wie er aussieht. Ja, guck mal. Ich bin nur ein Typ, der es mag, hier in, 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 in diesen gruseligen Wäldern hier zu campen und so und, äh, sleep in a tent in freezing und in, äh, in, äh, zelten zu schlafen, wo es eine eiskalte Bedingung ist. Ja, das war super besetzt. Ich habe, äh, niemanden seit Tagen gesehen. Ja, okay, ich verstehe. Planst du noch tiefer in den Wald zu gehen? Ja, ich, äh, suche die Gegend ab. Ich hoffe, ich kann meinen Bruder finden oder zumindest eine Spur von ihm. You probably think, du denkst so leicht, ich bin hier so in so einem Kiffer, aber letzte Nacht, äh, I had my tent, äh, bit, ab, ne, hat er ja sein Zelt ein bisschen weiter im Norden und ich, äh, hörte komische Geräusche aus dem Wald kommen. Es klang, als hätte ein Kind geweint, aber ich habe nichts gesehen. Es, äh, bin ich fast ausgeflippt. Maybe it was a Cryptide? Cryptide? Äh, ich weiß nicht. Ein was? Oh ja, bitte frag nach, was es ist. When do you carry? Do you trickst? Was? Was meinst du? Ja, bitte erklär es mir. Ich rede über ein Stück. Weißt du, etwas zum Schutz? Worüber redet er? Ach so, ich hatte was anderes im Kopf. Meinst du deine Waffe? Nee, tu ich nicht. Dann, äh, solltest du überhaupt gar nicht erst hier sein. Es ist viel zu gefährlich, äh, um tiefer in den Wald hineinzugehen in der Nacht. Aber ich werde dich nicht aufhalten. Ich möchte jetzt noch schlafen. Also, letzte Sache noch. Don't, äh, don't, don't, don't know what that night. Schleich dich nicht um Zelte herum in der Nacht. Nochmal. Ich hätte dich fast erschossen. Äh, okay. Dann bin ich froh, gut, dass du es nicht getan hast. Ja, ich auch. Viel Glück mit deiner Suche. Alter, wo ist dein Eingang, damit ich wieder weiß, wo man die Straße ist? Die Richtung. Ja. Ich habe keine Waffe. Hätte ich wieder zurückgehen sollen? Ich bin immer noch unter Schock. Ich gehe nicht mehr einfach so zu Leuten ans Zelt. Dum, di dum, di dum. Ich kann übrigens nicht springen. Ja. Das ist ja fein hier. Das war nicht förderlich für meine Kopfschmerzen. Ich traue mich nicht einfach so jetzt einen Schluck Kaffee zu nehmen. Das sind nur Steine, ne? Ich höre irgendwie gar nichts, aber ich traue mich nicht mal ein Headset lauter zu machen. da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, querfeld einzulaufen aber hat gesagt soll auf dem weg bleiben auf dem weg bei rotkäppchen ist es ja auch nicht gut ausgegangen ich sollte links mein zelt aufschlagen wie tue ich das denn meine finger sind ein bisschen taub sehr taub schwer das zelt aufzubauen das ist ja ein tolles zelt ich würde so sterben in so einer gegend vor angst und wahrscheinlich weil mich tiere aufreißen es ist kalt aber ich werde jetzt langsam müde ja ich glaube ich habe jemand schreien gehört ich weiß nicht genau ob das real war oder eingebildet ich soll das checken nein du solltest es nicht checken es könnte mein bruder sein der um hilfe schreit der ist seit gestern vermisst oder vielleicht länger da ist ein licht im wald was was für ein licht tiefer im wald wovon sprichst du wo ist hier ein licht tiefer im wald ok wo ist mein zelt hier geht's hoch hier ist die straße der weg dieses licht ich bleibe auf dem weg das ist meine schritte ich will nicht lauter machen ich werde nie wieder diese straße zurückfinden das ist ein auto was ist das mit jedem kackspiel kannst du zoomen und hier wo du es willst kannst du nicht zu ich sehe den ausschlag dass das irgendwas laut ist aber ich mache ich mache mein headset ein klein bisschen laut ok steht mir auf acht tasche lampe halte durch das ist der grüne rucksack das ist der rucksack von meinem bruder er muss hier gewesen sein inspizieren der rucksack ist total leer nix drin backpack you found the backpack achievement ich habe sorge dass da kann ich ein rucksack besteht da würde ich eben leben nicht rein gehen jemand hat unser jetziges zelt und das auto fotografiert und ist gerne pro stake ja ich würde sagen raus hier definitiv raus hier und die polizei rufen aber in jedem horrorspiel wird das nicht getan du hast keine waffe erst sofern erzählt ne nimm das doch mal mit ich fühl mich unwohl höhre ich fühl mich unwohl höhre ich fühl mich doch dein körper wurde nie gefunden sagt mir nicht es gibt verschiedene enden es gibt verschiedene enden bestimmt 11 december blablabla mein bruder ist hier verschwunden ich gebe polizei wille nicht suchen ich suche jetzt mal selber kann ich einfach mal drehen so ich habe mich hier umentschieden war nach hause was jetzt weißt du mich einfach hier so fahren okay da ist mir ne hallo könntest du bitte mal gut wir fahren vielleicht fahr ich auch einfach mal an der tankstelle vorbei ich habe nichts über verschiedene enden gelesen aber ich habe auch gar nichts gelesen ich habe nur einen kurzen trailer geguckt also durchgeskippt und bilder und dachte ja das das ist okay aber woher weiß jemand dass wir da sind das heißt es war bestimmt einer an der tagenstelle kann ich schneller fahren kann ich nicht schneller fahren was war das kann ich da einfach rein fahren eigentlich oh oh gott kann ich ne kann ich nicht nicht bitte wenn hallo was ist hier los nie up scheiße ein auto hallo kannst du mal bitte ach jetzt kommt schon jetzt habe ich mich festgefahren okay 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 ja ich fahr jetzt einfach in ein auto rein hier kam doch noch eins kam doch irgendwo noch ein auto da ich ertrag das nicht mit mein bruder ist verschwunden nein car accident you crashed into a car okay okay 11 december mein bruder ist vermisst er sollte gestern nach hause kommen die fuhrzeuge hat aber auch keinen bock für zu schnell nach hin zu suchen die wollen erst 48 stunden warten also ob ich es aber rein wenn jemand erstes machen können ja dabei kann ich bestimmt kaffee trinken mit einer hand kann ich fahren weil die maus brauche ich diesmal nicht ist das da oben mein rückspiegel ist ja so schlecht wieso kann ich bei meinem auto die licht ausmachen so diesmal fahre ich da nicht rein ja ja kurbe komm wisst ihr ich kann super auto fahren so ich werde nicht an dieser tankstelle halten ich sollte an dieser tankstelle halten und fragen ob sie meinen bruder gesehen haben ne naja aber nicht jetzt langsamer kannst du bitte weiterfahren fahr weiter fahr warum ist der so lahmarschig hier nicht rumlaufen hm das ist ja eine wand gut bitte wenden das heißt ich muss da hin ja kann ich auch hier parken ja aber ich kann nicht wieder einsteigen jetzt blockiere ich einfach ewigkeiten an die zapsäule die guten tag haben sie meinen bruder gesehen ne ja doch er hat mal zusammen gekauft und äh ja und äh ja hier hinter ist eine straße aber seid vorsichtig so ding quatsch mir jetzt nicht dran die jemand hat das auto fotografiert aber wer kann ich da hinlaufen hier ist ja laufen verboten das heißt ich muss das tun ich denke nicht dass ich diesen weg gehen sollte das heißt wir werden jetzt vom weg ab kommen das heißt wir werden jetzt vom weg ab kommen jetzt noch etwas interessantes schon so viel Müll äh das sind jetzt gerade dran achso gut ich komme vom weg ab dann sollen uns wilde tiere kriegen bitte lass keinen hinterm baum stehen sonst schreiche es in die ohren wahrscheinlich nicht aber ich sollte da nicht lang gehen ok aber ich erschrecke mich eher so nach innen als schreiend nach außen ok jetzt mal aufgewand ich geh wieder zurück ja ist ja gut ich hab verstanden dass du den weg nicht gehen willst hier ist ein Stein kann ich beim Stein reingehen die ganze Hänsel und Gretel im Kopf aber ich krieg's mich auf Flauschi umgedichtet weil da müsste ja den Flauschi in Flauschi verliefen sich im Wald ich weiße vieles da und auch Spitzakal das hab ich im Weg verloren oh ok ne da geh ich jetzt nicht hin ne mach ich aber nicht ich hoffe ich laufe den Weg jetzt nicht umsonst dass er mir irgendwo am Ende sagt so ich möchte aber einfach mal hier reinlatschen ne ich wollte da nicht lang gehen wo ist denn jetzt hier mein Weg es war so finnend da und auch so butterkalt ich kam nicht an meinen Häuschen aber an einem großen Stein wo kann meine Straße diesen Weg müssen ich hab überhaupt wirklich die Orientierung verloren hä? ist das der gleiche Stein? bin mir im Kreis gedreht? ich sollte dann nicht lang gehen ja gut ok aber wo sollte ich lang gehen? ich seh die Meergeräusche ist das hier wo ich mein Zelt aufstellen sollte? oh das sind nur Steine aber die sind großartig wo ist der Weg? ah ist der Weg ich will mein Zelt aufstellen ich will mein Zelt aber nicht aufstellen ich muss mein Zelt aufstellen ok ok ja meine Finger sind taus so kann ich jetzt trotzdem hab ich mir das eingebildet kann ich trotzdem gehen? obwohl der nur sein Zelt aufstellen ok kann ich trotzdem gehen? ich will trotzdem er lässt mich nicht gehen scheiße ja ja es ist bald aber ich schlafe jetzt kurz guck mal dum-di-dum-di-dum-di-dum ich glaub ich hab was gehört vielleicht hab ich mir das auch noch eingebildet ich sollte checken ich will das nicht checken will ich mich hier nehmen? ja ja ich will einmal in Zelt gehen da ist ein Licht tiefer im Wald ich will nicht zu dem Licht äh tiefer im Wald gehen ich geh jetzt einfach weiter den Weg wie es ich nicht mehr kann hört der Weg hier auf? der Weg hört hier auf! so ein Scheiß aber ich ich will da nicht reingehen muss ich da reingehen? ja sind wir schon wieder bei kurzen Spielen, ne? warum fängt denn hier die tolle Lampe an zu flackern? ich denke ich sollte da nicht lang gehen äh ich denke nicht dass ich da lang gehen sollte warte mal die Klappe ich geh jetzt von hinten da dran jetzt pack ich den Rucksack nicht an wie fahren die Kerle denn dann so hin? ich ich bin wieder ein Cheater und schaue einmal nach was man machen muss Sekunde ja äh es gibt kein weiteres Ende angeblich hab jetzt drei oder vier Videos durchgeskippt und die sind hier alle dann äh äh enden alle mit dem Schreckmoment hier drinnen ja egal ob Tür auf oder Tür zu ist hier kann man auch zumachen sobald wir das hier gesehen haben und einer sagt irgendwie das wären Kannibalen weil hier hohes Fleisch liegt aber das weiß ich jetzt nicht da ist er schon da ist er schon also ich hätte jetzt vermutet dass man trotzdem irgendwie noch was anderes machen kann dass man irgendwie vielleicht nochmal zurückläuft und dann doch eine Waffe holt aber nein es geht leider nicht was ist das hier? ein Generator? ja das hat so Steckdosen ich will da jetzt nicht rausgehen davon hier aus auch da? wo ist denn das überhaupt? ich glaub da wärs ja also Achtung Schreckmoment na jetzt bitte hier ja anscheinend können wir unseren Bruder nicht retten finden noch sonst irgendwas und ja das war's ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen falls ihr doch irgendwas wisst dass es da doch noch was anderes gibt dann sagt Bescheid und ja dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss Musik 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 Musik